Herzlichen Dank. Es spricht nun zu uns Tatjana Storowska, eine Roma-Aktivistin aus der Ukraine. Sie wird auf Englisch reden. Seit 100 Jahren Ukraine ist unsere Mutterland. Dieser Pass von Nachbar und Brotherhood war sehr lang und kompliziert. Da gab es die Aufs- und Daunen in dieser Beziehung. Wir wissen viele historien von Unterstützung und Unterstützung von der Roma während der Genocide. Aber wir werden auch noch nie hören, die historien von diesen Menschen, die sie verabschieden und in den Händen der occupierenden. Ein Jahr später, seit April 2018, die Ukraine war mit einer hohe Sprache und einer violenz gegen die Roma. Far-right extremist wird stärker und mehr und mehr junge Menschen. Even teenagers sind da jetzt. Als Ergebnis, letzte Jahr hatten wir 12 Anfänger auf Roma-Settlements. Das hat auch tragische Werte. Ein junger Roma-Mann wurde getötet und ein 10-jähriger Kind wurde getötet. Das ist 9. Did we get proper erection from the state? The answer is no. We are here today to show that we are not a silent minority. No, we are not a silent minority how they usually see us. We, as Roma activists from Ukraine, we fight for our rights. More and more young Roma people in our country get good education, getting stronger as activists and organize great initiatives. At the same time, we remember those people who were victims of genocide. We fight for Roma genocide recognition. This stage of our common history should be known by everyone and be taught at schools and universities. This year, for the first time in Ukraine, we will organize the US commemoration of Roma who were victims in the masculine place in Kyiv in Baben Yar. Now, today, we stand here in the center of Berlin and we celebrate the day of our dignity, day of our rights and our unity. We must be proud of who we are. We must be confident of who we are. Hate speech is stubborn. Hate speech is loud. But we should be louder. We should be louder. We should be louder of this. Opera Roma.